Lektion 310 In Furchtlosigkeit und Liebe verbringe ich den heutigen Tag. Diesen Tag, mein Vater, möchte ich mit dir verbringen, wie du beschlossen hast, dass ich alle meine Tage verbringen soll. Und was ich erfahren werde, ist überhaupt nicht zeitlich. Die Freude, die zu mir kommt, ist nicht von Tagen oder Stunden, denn sie kommt vom Himmel zu deinem Sohn. Dieser Tag wird dein süßes Gemahnen sein, mich an dich zu erinnern. Dein gnadenreicher Ruf an deinen heiligen Sohn, das Zeichen, dass deine Gnade zu mir gekommen ist und es dein Wille ist, dass ich heute frei gelassen werde. Wir verbringen diesen Tag gemeinsam, du und ich. Und alle Welt verbindet sich mit uns in unserem Lied der Dankbarkeit und Freude für ihn, der uns die Erlösung gab und der uns freigelassen hat. Wir sind dem Frieden und der Heiligkeit zurückerstattet. Heute ist kein Platz in uns für Angst, denn wir haben die Liebe in unseren Herzen willkommen geheißen. In Furchtlosigkeit und Liebe verbringe ich den heutigen Tag. Amen. 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 Vielen Dank.